Hallo Leute, Willkommen zu einem Mami. Ich bin wieder mit mir in dem Baby Display. Hallo. Guten Tag, Mahlzeit. Es ist ein Brecher, es ist ein Brecher und es ist dunkel. Und es ist dunkel. Schon wieder Elfer. Der Erik ist ein Brecher. Thomas ist ganz schön. Ich sage nur, wenn du das mal verliegst. Ich werde einfach 26 Stunden auf der Tournee zur Uhr. Ich habe gewissen, auf wann jetzt eine halbe Stunde mit der Arbeit ist. Absolut, wie ist das? Das ist so schön, nicht? Nicht cool, es ist geil. Dass dich wirklich schön hier reflektiert und evidenziert ist, es ist geil. Dass du mich drauf reflektiert auf dem Dreck, aber es ist so schön. Ich darf noch mal weg, wenn wir schon jung sind. Soll ich. Das Mikro. Wie. Wie. Ah. Uff. Oh. Das war ein Hoppel gerade hier. Heu, 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 heu. Ah, danke. So. Abladen. 80%. Abladen. Da war schon 82% der Mission erfüllt. Super. 77% von Feld 8 transportiert. Äh, von Feld 8 transportiert. Das ist schon mal gut. Habe ich mal soweit Sinn? Geh mal Gas. Wir sind im Tremomat drüber. Guck mal, ob das läuft. Jo. Es läuft alles, will ich sagen. Entschuldigung. Ist aber einfach, als wenn ich die ganze Zeit husten würde und bla 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 bla. Auf jeden Fall, wir haben jetzt, wenn die Hochquill halt rechter ist. Die 8 ist ungefähr die Mitte. Ist immer die Hälfte. Geht voran. Neigt sich dem Ende zu. Wir sind da als Abfahrer vom Gehnt heute. Wir machen heute nicht. Auf jeden Fall, fast voll der Kontakt. So, was kostet ein Vogel, Alter? Oh. 45.000. Okay. 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 Eine dritte Sache. Zuckerrohr. Okay. Es gibt auch die Belegung. Zuckerrohr gut. Baumwoll. Haben wir noch keine Ahnung. Okay. Wir haben einen großen Verländer. Und bei Träger gucken. Ops irgendwie noch. Ah. 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 Na ja. Das geht bis... 352 PS, und der 8er geht bis... Das T8R T, Raupe, das T8R. Das T8R. Das 450 PS. Ja, okay. Und die Raupe geht bis... Ah. Ah. Der Quadrakt, der ist noch. Hab ich noch nie benutzt. Oh. Das hat einiges B1 PS. Mal gucken mal. Ich will das selbst 49 St und Optimus ausnehmen. Und warum was mit dem da? vielleicht sogar so hier und case das würde ich vielleicht gut sein zu nehmen aber brauchen wir ein bisschen Geld für das ist aber zwar nicht das Geld ich weiß sogar vorher erst noch so ein Düngeträger, damit die wir düngen können dass wir mal schnell so Dünge was wir machen können ich will quasi jetzt in die Ernte rein, aber können wir mal gucken wie es aussieht ich weiß nicht, dass die Pflanzen jetzt weggebogen sind da wo ich landgehe, sind die auch weggebogen ne wo ich landgehe, sind die auch alle weg nicht das normale durchgegehen, sondern sind die richtig alle unter den Trecker untergebogen gut, was könnte für, es ist dunkel gemacht ähm nein, ich will den Trecker, den Trecker äh nein, in den Trecker danke 10.000 Liter schon wieder drüber wir sind jetzt bei 85% diese Folge war nicht, ob es diese Folge geschafft wird, aber sonst nirgends zur Folge oh, wie viele Stunden Trecker weggebogen hat 2,1, ja ach jetzt mal auf, ich will jetzt mal, wollen wir mal runter zum Zug fahren habt ihr Bock? habt ihr Bock? wenn ihr Bock habt, lasst einen Like da dann werde ich jetzt noch was machen jetzt liken pam 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 bam spam bam 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 okay, schau, ich habe ihn geliket Dann gehen wir in den Zug. Das Brems-Signal, Brems-Kreuz-Skull. Schön. Zug abgehen. Oh, ist die Brücke. Oh, ist noch rot, ist egal. Stört mich nicht. Gibt kein Drecks im Signal. Gibt kein Licht, okay. Hört ihr das? Das Grillen geht jetzt hier. Ich muss essen. Ich seh' uns dann nach dem Cut, bis gleich. Leute, willkommen zurück. Wir haben ein Display nach dem Cut. Wir haben gerade schon mal aufgenommen. Und es tut mir leid. Wir können ja mal zum Zug gehen. So, der Zug, der steht jetzt hier. Die Grillen, die hört sich gar an. Motor an. Heißerlos. Das ist hier richtig geil. So, ich mag den. Tschuuu. Tschuuu. Das ist der Thrasher. Nee. Hört sich das Bremsen-Geruch. So, aber in dem Case. Äh, Case. Schon dir. FH ist der Thrasher abtacken. Wir sind jetzt bei. Äh. 290 Prozent. Ich glaub's fällt, wenn wir vielleicht noch Fläsch kriegen. Wenn nicht. Nächstvolk. Will ich hauen. Oder robben. Schafft er es noch? Ja, das schafft er locker. Wenn wir jetzt Nächstvolk dann runter machen. Den Rest dann. Es ist gut. Wir haben es geschafft schon, den Projekt. Schon geschafft. Verdachtsabts, ja. Zwar als Mission, aber wir haben es gehabt. Ich mein, mit 12 Meter Schneidwerk geht's auch ziemlich schnell. Was soll man so dazu sagen, als... Kleines... Ähm, ja, wie heißt es? Kleines... Wie soll ich es nennen? Wie war ich grad, wie ich es nennen soll? Das Grund dafür, dass ich schon fertig sind in dem Feld. Hat sich schon... Mit 12 Metern hast du halt doch ziemlich schnell gehockt. Und... Okay. Der Reihe läuft zwei Stunden. Also ca. eine Stunde auf dem Feld hier schon. Ich vermisse was. Okay. Jetzt sind wir in der vierten Folge, aber... Ich hab ja auch offline so ein bisschen gespielt. Wenn wir noch nicht so weit sind, hätten wir noch eine Folge mehr. Wenigstens zwei Folgen mehr dran hängen müssen. Ich hab jetzt nicht so viel Lust drauf, auch länger euch das hier zu zeigen. Als ich offline das gespielt hab, hab ich es im YouTube nebenbei geguckt, hab Videos hochladen lassen. Das hat optimal geklappt. Wenn wir mal so Bello kaufen... Das Geräusch hatte ich geklappt. Bello. Bello wohnt am Hof. Jetzt ist er auf So, wir springen mal zu Können wir nicht, kann ich nicht springen Können wir jetzt rüber hin zu Bello Bello Willst du dir Bello Kann eigentlich nicht da hinkommen Komm ich zu Bello Willst du denn laufen Ich will aber nicht laufen Ich will aber nicht laufen Wir fahren jetzt schon wieder hin 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 Ich glaube ich habe es mal oft genug gesagt Ich glaube es Ich muss das Video noch alle zusammenschneiden Das gibt Arbeit ey Kannst schneiden Dann nochmal bearbeiten Also nochmal schneiden Das habe ich dann in 80p hoch Aber trotzdem Dass es dann höher und qualität Ja, aber Das schneiden, das dauert bestimmt Am Ende sind es 20 Minuten Das muss bestimmt dauern Jetzt habe ich weniger FPS Das ist ja mit über 60 FPS Im Spiel bin Also das ist jetzt schlecht Wir haben Wir haben Hier war nicht vorweg Oh, das war Mais So Stehenbleiben Und abladen Wie kommen wir mit der Mission Okay Ich bin heute nicht Wenn wir nächste Folge wahrscheinlich dann Abruf oder abend Mission Upsa Lapper Ne, 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 ne Ich bin echt ein bisschen komisch Nur ein bisschen Ein ganz kleines bisschen Nur Ein ganz kleines bisschen Tja, alles zappeln Weil Viel Klappen So Öffnen Na, gerade zu Boden Du arbeitest Prima macht er das Der war echt gut Wenn er doch jetzt hier die Ecken erkennt Dass er hier drehen muss Und dann wieder zurückfährt Das finde ich geil Das ist doch richtig erkennt Alles Ich hoffe, dass mein Handy gleich wieder war Mit meinen Fingern werden kalt Ich habe durch mein Handy laufen Ich habe mir hier einen Coinpop Mal untergeladen Ich gehört So Das soll funktionieren Komm, wir mal testen So eine App Spiele Jetzt habe ich noch ein Spiel Spiele 1200 Sekunden Um 1000 Münzen zu bekommen Und sowas 1000 sind es ungerechnet 10 Cent 10 10 Cent 10.000 Sekunden sind 1 Euro Ja Und so werde ich vielleicht So werde ich mein Gewinnspiel Organisieren Gut sein Aber so gut sein Oder sowas Mal gucken Verkaufen können Etwas verlosen Am Gewinnspiel Aber werde ich natürlich Vorher ankündigen Das sind viele Leute jetzt Aber wann Weiß ich nicht Vielleicht ist es vor Weihnachten Irgendwann mal so Eine Woche vor Weihnachten Mal gucken Vielleicht nicht schlecht Wird zwar nicht zu groß sein Aber so ein kleines Dankeschön So als Endjahres-Special Für Transponenten Bis jetzt Leider nicht viel Mehr wäre schön Aber Wenn es mehr nicht ist Ist es mehr nicht Ich verstehe den Weg Fahr weiter Fahr weiter Fahr weiter Fahr Ich verstehe nicht Ich fasse auch Mehr fürs auf Ich will Dreck Schon 2,4 Stunden Komm Das ist mal ein Stopp Und zwar Die sind sich nicht Hauptsicherer Und pflanzenschützig Pflanzenschutz Da ist die Scheibe Dreckig Habe ich einen Wichmob dabei Gucken Ob ich den Wichmob Da ist das Abzieh Ne ist kein Abzieher Habe ich einen Scheibenabzieher mit Ne habe ich nicht Ich habe keinen Einmal Wasser Rhythmus zu stehen Das ist doof Lüftung ausmachen Ist eh nicht so warm Entschuldigung Entschuldigung Wollt hier nicht reinfahren Tut mir leid Ich würde sagen An dieser Stelle Berndt mir das Freude Das Video Wenn es euch gefallen hat Lasst es nach oben da Schreibt beim Läger vorbei Macht's gut Und Ciao Ciao